hallo und herzlich willkommen zu minecraft shadow ja mit psycher ja ja und ich muss ja wegen dem arschloch ein level holen ja warte 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 komm zurück wir gehen jetzt gleich bei der gleichzeit ich habe nicht mal ich habe nicht mal werkzeug das ist auch weggegangen ich habe auch nichts warte ich hier erst mal ein paar mit los gibt mir gibt ihr sechzehn stück einfach ich bin schon zweimal gestorben ja egal ich bin dir gestorben deswegen ich bin nicht gleich damit gestorben zwar das ei das war nicht ich das war mein kleines baby leg dich hin du arsch ja ich muss mir nicht hinlegen das ist irgendwie wenn einer liegt dann passt das vor allem dann nee keine ahnung es geht irgendwie automatisch also warte ich mache erst mal solche stein stufen weil wir gerade keine anderen steine haben ich gehe mir jetzt auch so eine brille holen ja mach das hätten ja auch zusammen gehen können aber ein mit dir gehe ich nix wo mehr hin ich bin enttäuscht von dir das mein leben zerstört mit dir will ich nichts mehr zu tun haben nein uuuhuhu ansage also so nicht mehr als ich kann an diesen umständen nicht arbeiten also ich habe schon viele folgen gemacht wo wir einfach wo ich zeitraffer gemacht habe weil farmen und so einmal für die ganze zeit koppel gefarmt und staub weil gibt es gar keine brillen mehr alle doch orange und ich weiß nicht einfach die pinke alle jetzt wenn ich schon nicht die hilfe haben kann dann nicht die homosexuelle brille die sieht voll geil aus mit diesen weißen dinge da das ist doch cool ist mit mir sieht alles geil aus ist einfach so ja sogar die schwulen sachen sehen kann los ventilator trofäe läuft alle so da zum gleitschirm und das sind auch fahrstuhl drin gewesen die opziden kisten lassen wir jetzt einfach mal dabei weiß jetzt nicht wie man die abbauen kann und ja dann kann man die block breakers okay der ist dabei habe ich glaube ich ventilator wir haben jetzt ein healer und ein farstuhl drin kann man dann items ja und wir haben auch fahrstuhl drin ja ja bestimmt aber keine ahnung wie und hier und war der gleitschirm aller der bringt es hier voll viel auf jeden fall über wertgegenden irgendwie irgendwas sollte ich guck mal kurz bei dem auch ein block handbuch guck mal wie dieser heiler funktioniert war natürlich ein gleitschimmer da rein ernsthaft er ist einfach hier nicht dabei ein heiler durch den rest hier ein trofäer ich will mal kurz gucken was wenn die laut hast du machst du stell dir nirgendwo hin aber auch bestimmten rechts macht aber nix doch 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 warte da ventilator der ventilator der spieler mpcs und andere objekte in richtung in die ja ok wenn ich ja machen und lieber auch weg machen gut okay tun wir alle sind in ergen und die kiste einfach schon gemacht gleich schirm brauchen wir erst mal ähnlich dass die auch hier drin rasen sprenger aber jetzt habe ich halt eine homosexuelle brille und du hast deine brille sieht man fast gar nicht weil die einfach zu deinem kopf ja einfach gerne das ist nicht egal wenn man die sieht wenn man die die sieht du hast einfach erde deswegen die weg das ist erde kann man machen sex kann man auch mal guck mal ich mach ich mach hallo schau mal ich mach hier einfach als deko sprengt ihr auch rasen da muss ich glaube ich mal rein tun habe ich recht nee das ist für knochenmehl damit es schneller wächst da kann man keine kann das nicht wasser durch die gegend spritzen das wäre voll geil ja warte das muss aber auf das muss auf wasser stehen ich will dass das wasser durch die gegend spritzt toll ist es ist kaputt gemacht ich kann ich gar nicht so für alles so ich gehe raus aus dem projekt tschüss das war es geht es so ich glaube nicht muss das nicht glauben ganzen blog drauflegen ich schwöre doch wirklich wasser und glaube ich bezweifle ich aber ich vertraute der kann man kein wasser einer einer reintun geht der kann nicht spritzen doch kann er aber da muss irgendwie was auch so macht keine ahnung ist auch egal ich will wissen wie der hieler funktioniert ja stell dich da drauf der hielt dein essen und alles ja wenn ich muss einfach drauf stellen nice dann bau das hier wo hier ja ja ich bin einfach voll stehen kann man ja auch craften schallbrille alter das ist das was wir machen man kann denn nicht craften den heiler deswegen ist das so okay stell ihn mal ein bisschen weiter in die erde rein also sieht das ein bisschen geil aus warum dafür kann man auch kurser bauen oder ich verstehe das immer noch nicht ein pedometer hier stell dich da drauf dann wirst du gehe hier einfach drauf stehen bleiben ja gar nicht das war nicht gesundheit das war ein bildung so haben in der folge einfach gar nichts die folge es geht auch erst sechs minuten was wollen wir machen ich habe mich von dir inspirierender und aus dem das kann man platzieren und dann hilft es dir so zu bauen was viel stelle die ist doch auch gott das war fast runter geflogen wird auch viel zu haben magischer bleibstift läuft halt bei dem bleibstift hast du noch leute zeichnen wenn ich über spiel dann lebendig ich weiß ich nicht also das wäre so geil auto-ambus auch mal 8 pfade gibt es ja auch die sind geil aus guck mal jetzt haben wir eine automatische cobblestone farm guck in die kiste da kommt jetzt cobblestone läuft für immer automatisch wir haben nie wieder cobblestone mangel ja ja epic oder invertierter himmelsblock hör doch durch hast du äh schaust du nimm hand ne echt guck mal nimm mal das handbuch das geht schleim analysiere das reise gepäck geht eigentlich auch leicht zu kraften du brauchst du dir für ja kann man nicht auch irgendwie eine automatische baumfarm bauen mit einem harvester oder gibt es sowas hier nicht aber hier gibt es kein harvester aber mit Blockbreaker kann man das auch bauen irgendwie ne das ist so unständlich yummy ok also ich fange jetzt ich fange nur an mein Haus zu bauen so in etwa also ich will so nen Weg schon mal bauen wo ich dann ne Plattform baue wo ich dann mein Haus baue wenn ich hier in der Nähe bin ich überhaupt nicht wissen muss ja wir haben einfach einen halben stack kohle mhm wieviel stein haben wir äh äh da ist immer drin ok dann mach ich Pflastersteinsäune und dann mach ich ein bisschen sichere die Welt ok ok und ich sieb mal kies aber ich will das hier wenigstens im Rahmen hier sonst kriege ich irgendwie Krämpfe weil ich Angst habe dass ich runterfalle hallo mach doch mal so ich baue jetzt mal den Baum ab damit wir wieder Fäden haben oh Gott oh wir sind so ruhig hier diese Folge oh nein ja 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 also bist du runtergefallen bist du nicht ja lol dann warst du schon wieder neun Minuten freut mich für euch what hä da war auf einmal ein Loch hä wie hast du das jetzt geschafft das hab ich gar nicht gesehen hä hä oh man ja so einfach stirbt mein Shadow ja einmal bin ich gestorben weil du mich mutflich getötet hast durch ein Ei und einmal bin ich jetzt gestorben weil ich das scheiß Loch was durch das Ei ursacht wurde die ich gesehen habe das heißt jetzt hängen alle Tode hängen irgendwie mit diesem scheiß Ei zusammen oh man oh man ohne scheiß ich werde dieses Ei oh man du musst du musst ja verlang ich von dir du brauchst jetzt auch den Zaun zu Ende so als Strafe so und ich nehm jetzt auch einfach so auf und laber weiter ich hab kein Zaun ja schon ja schon aber das mit dem Ei ich hab da vorhin meine Folge beendet und dann passt das jetzt auch also dann kannst du jetzt einfach noch weiter aufnehmen also warum äh der Sonderricht ja hab ich keine Lust zu nein weil das das war wirklich eigentlich schon mein Kill weil ich hab gesagt ja hier guck dir das an nein er hat keine Sonderrichte das ist jetzt so beschlossen so jetzt komm auf den Server du Spasti irgendwie setzt der Blockbreaker manchmal aus also da ist sich immer durchgehend an letztendlich hab ich doch keine Brille jetzt wollte ich grad schlafen jetzt wollte ich grad schlafen jetzt wollte ich grad schlafen ne geht achso geht das nur in dem anderen Bett wie ich mich verletze ne irgendwie geht das nicht bei mir irgendwie geht das nur bei dir und Heinz Check egal egal gleich auf also in deiner Gegenwart darf ich keine Brille setzen ja ich brate grad Stein ich hab das Loch schon gestopft achso ja jetzt hat er schon wieder verloren die Brille zurück oh man Bernhard mindestens eine ne ne das sind ja schon zwei verloren gegangen an einem Dach das ist doch nicht normal und an einer hast du grad dass du selbst zugegeben bist ja doch doch ja und aber das hat mit den Items dann zu tun oh nein oh nein ohne dem hier schufs bisschen tot oh nein achso ja du Loch also ich hab jetzt das Loch schon mal gestopft das zeig ich dir eh nicht was dass du so gemein bist was mit deinem Dasein so ich tu jetzt mal meine Sachen auch weg weil ich äh jetzt sehr im Himmel im Himmel arbeite Leute legen nur Items unten Leute legen nur Items unten so meine Brille tu ich auch weg das ist ein Chars alter tschüss brauch keiner wie was Pass auf dass du hier nicht runterfällst na warte nein das ist jetzt einmal im Leben never das ist das was genauso wie die Preude wie du das ist schon in Standtat oh alle wenn der Blockbreaker man zu also wenn der Blockbreaker man zu aufhörst du musst einfach die Kiste aufmachen und dann macht er wieder weiter so ja glaubst du ich achte die ganze Zeit auf den Blockbreaker hört man doch so vielleicht setzt er ja aus mal schauen ja schon was Leute darf ich deinen Zaun wieder abreißen doch doch du musst den ganzen abreißen ich weiß du findest das hässlich weil es von mir kommt ja ja boah so so das auf jeden Fall ja ich dachte jetzt kommt sowas wie lass meine Mutter aus und zu dir die war meine Mutter eh war meine Mutter danke sehr an Heinshaker dass er diesen Server finanziert hat ja eigentlich ja ich aber Blockhost muss er das halt jetzt mit einem anderen Anbieter da jetzt erst absprechen hehehe eiskalt was ist jetzt eigentlich mit Skylax dieser Piste weil sonst müssen wir das Shadow wirklich nochmal von vorne anfangen oder irgendwie erklären dass wir oder irgendwie nachsynchronisieren was wir da alles gelabert haben also ich hab ja nur wir können auch einfach irgendwie alles zusammenschneiden weil ich hab ja dich und Skylax aufgenommen ja ich hab dich auch und ähm und ähm nur mich halt nicht mich auch aber halt in richtig kack quali ja ja ist es das ist natürlich scheiße na ja danke Avira schön dass du Viren testest ohne seine Erlaubnis was erlauben die sich ohne Erlaubnis was erlauben die sich ist so im Scheiß äh ja wenn du dich da baust na du weißt nicht hier baue ich hier grad mein Haus dann so ne ach achso der Garten hat nur noch alles damit kein Effekt jetzt mehr unterfallen obwohl ich Skylax das irgendwie gönne weil ich zweimal gestorben bin ja die Blase muss platzen der muss sterben Skylax muss sterben ojo das ist so dachte ich mir auch grad ich hab auch ne Holz ach ne Gold tut's auch das tut's auch ich hab auch ne Holzspitzhacke ja ich müsste nur einen Block abbauen meine Güte hast du meine Goldspitzhacke genommen? boah du Assi Hardcore boah boah ach man ach man nein ist ja nicht normal dann kann ich mir die ganzen Blöcke nehmen und hier in die Wind springen so so wenn hier was passiert dann heulich ich hab eh nicht genug zu heulen ich brauch ein bisschen mehr mal nehmen wir mal die Hälfte daraus ja 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 das ist immer noch viel los hab egal ähm zack die Bohnen die Bohnen ja 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 ich weiß gar nicht so machen oder fällt man da drüber na wenn man springt schon wenn man springt wie so ein Ferget ähm dann nehm ich mir die Holzspitzhacke hier damit ich die Goldspitzhacke nicht benutzen kann ne hee Vorsicht fall nicht runter du oh halt da doch fast Alter ohne Spaß ohne Spaß ich hab grad einen halben Herzinfarkt bekommen Spaß wie älter ok wie viele Blöcke sind das jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 10 11 12 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 12 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 Learn breaking – 13 Jahren 14 15 . 8 Jola 16 15 Ich wär fast runtergefallen. Ja, das auch. Ich wär fast runtergefallen. Ah, du bist Baller Baller. Heftig. Ja. Ich glaub, der Cobblestone-Generator kommt mir nicht so ganz hinter. Eher an dem, was ich an Cobblestone brauche. Tja, willst du selber fahren müsste das? Lieber. Dauert ja noch länger. Naja, aber guck mal. Während der auf der Seite abbaut, kannst du ja nämlich noch auf der rechten Seite auch abbauen. Weil hier kann man ja an allen vier Seiten abbauen. Cobbl. Das extra so gemacht, dass hier einmal der Blockbreaker Cobblestone abbaut und einmal kann man noch manuell Cobblestone abbauen. Also, das war jetzt ja nicht böse gemeint oder so. Hab gar nichts gesagt. So, aber dennoch muss ich den Part jetzt gleich beenden, denn wir haben es 19... Ja. Genau, das ist das Ding. Und deswegen... Oh Gott, ich hab schon 19 Minuten. Ja, ich... Sag mir das doch, ich bin voll vertieft, Alter. Ähm... Ja, ich mach meinen auf jeden Fall. Okay, wer macht den Abschluss, du oder ich? Ähm... Das war's für diesen Part. Ja, wenn ihr wollt, dann schreibt bitte Kommanden richtig... Also, wenn nicht, wenn ihr wollt, sondern wenn ihr es gut fand, dann schreibt mir einen Kommentar und gebt den Daumen nach oben. Ja, ihr müsst es, ich zwinge euch dazu. Und wenn es nicht gefallen hat, dann geht's... Aber, gebt mir einen Daumen nach unten, aber nicht mir direkt, sondern geht zu Psych auf den Kanal und gebt da einen Daumen nach unten. Äh... Das ist natürlich auch Spaß. Also, wenn ihr meine Videos nicht mögt, dann liked meine Facebook-Page, das hilft ihr. Ähm... Und deshalb würde ich sagen, Ciao, bis zum nächsten Mal. Nachricht. Bye, bye. Ja, und für mich geht das selber, wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall ein Daumen nach. Wenn ihr mehr so wollt, dann abonniert, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und... Uiui, dachte ich fall unter.